Die Kraft einer Patronenkugel ist unglaublich groß. Ihr seht es hier, dieses doch recht große Stück ist immer noch übrig geblieben, nachdem es eine 50-Kilo-Sau durchschlagen hat und danach in einem Baum stecken geblieben ist. Bedeutet, ihr müsst immer schauen, was im Hintergrund passiert. Ihr müsst immer Kugelfang haben. Denn wenn diese Stücken einer Kugel durch die Gegend zischen, dann ist alles ringsum gefährdet. Menschen, Tiere, Häuser, Autos. Also, was für eine Power hat so eine Kugel?